Geht's schon? Ja. Gehst du am Filmen? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei HIO. Heute mal was anderes, mal ein bisschen Mechanik. Und zwar waren beim Firmenauto die Bremsen fällig. Und da bin ich zum Kumpel gefahren, weil er hat eine Werkstatt, der macht so ein bisschen Zbastel in seiner Werkstatt daheim. Und da haben wir einfach mal die Bremsscheiben vorn und hinten und die Bremsklutze vorn und hinten getauscht. Dass wir das halt auch mal gemacht haben. Ich meine, ich habe noch nie Bremsen getauscht, doch, ich habe schon mal Bremsen getauscht, aber das ist ungefähr 15 Jahre her. Von dem her habe ich es mal probiert und es hat, wie man sieht, es hat scheinbar funktioniert. Also, was wir alles so gemacht haben und wie es so funktioniert, das seht ihr jetzt in diesem Video. Was tust du doch auf die Ochen schrauben? Du, im Bremssocklober schrauben. Das wäre ja, wenn der Leser so was ist, als hier was ich versuche, das sieht man nicht so, gell. Das ist ja ganz lustig, oder? Es ist blöd, wenn die das Filmspiel weichen vorne. Wieso? Ja, wenn man gerade die Kletze tauscht, tut man das nicht so, gell. Aber da bin ich ja nicht. Schau, ich mache das, dann ist das ja wurscht nicht. Der Schlüsselerweiterung finde ich cool. Ja, der ist gut, der ist echt gut. Entschuldigung. Hängt die Scheibe gerade an den Ochen schraufen da. Was? Hast du eingeschraubt? Ja, ja, aber siehst, jetzt eine Rolle, eine Hoffnung, dann hängt es gerade an den Ochen schraufen. Mit den Finger nehmen. Mit den Finger, die Finger aufschrauben. Ja, dann mit den Finger. Oh, das ist schon mal geil mit dem. Findest du gut, dass ich mich bin? Kann man da nicht richtig errichten? Ja, Mann. Was machst du denn da für einen Teilstab? Das war die Gravitation. Das war die Gravitation, was das da angefallen lassen hat. Mei, wie lange haben sie denn die Schrauben, findest du hier? Wieso machen die da so lange Schrauben einfach? Ich denke, zwei Gewindegänge haben wir auch ein bisschen nicht heben. Und? Jetzt ist es schon bald an, ja. Da kommt gar nichts. Normalerweise muss man die Schrauben auch setzen, ne? Ja, sicher dabei. Nein. Warte. Es ist gut, wenn du das hast. Dann hat die Schmied dran. Wie soll es so passen? Man lässt sich nicht schlauern. Ah! Ich glaube, das ist ein ganz witziges Widerwerk. Ich glaube, das ist Dreck für ihn. Gell. Wie die super passt. Ja. Das ist auch bei einer Mercedes. Das passt sogar noch. Das ist ja kein Verwähnen. Ja, das passt. Wie, dass das passt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das denn? 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 Okay. Diese Ohrwurst noch besser lässt er. Dann muss man noch ein Rückspress von der Kante da. Ja, das kommt ja. Jetzt macht das einmal der Profi. Mhm. Genau. Richtig gut habe ich das gemacht. Geht es da hin? Hä? Geht es schon? Und das auch rein. Und das auch rein gesteckt. Ja. Fertig. Das Kabelkirch da flach umgefahren, wenn man das Panogin auch in geschafft hat. Ja, genau. Das tust du einfach oben einfach in das Hotel. Einfach so. Dann wird da umgesteckt. Und schön Hightech das Zeug. Ja. So. So. Außen kommt der Oberbach her und aufgemergelt. Wie ist das? Wie ist das? Schau mal, wie das ein Fachexperte macht. Ein Fachmann, nicht? Das geht nicht. Das geht sehr wohl. Das geht sehr wohl. So, wie das geht. Gehaltig. Jetzt kommt das alles drauf. Macht mir das gut. Seht, hm? Mhm. Ja. Da hinten werden neue Schrauben gesetzt. Original neue Schrauben. Gewaltig. Und das ist mit einem Gummipuffer gemacht. Da muss man gegenheben. Sonst geht das nicht. Echt? Ach, wer hat der da eingeschickt? Hat man jetzt deinen Sotl eigentlich lackieren sollen? Nein. Du findest bitte mit meinen Glotzen. Mein Wurstblattl, hm? Wär ich bitte nicht gefilmt, ok? Ich sag das noch mal. Ha? Das Wurstblattl wär ich nicht gefilmt, ok? Das spart. Das wär ich zumindest alles angeschnitten. Ja. Soll ich dein Telefon noch mal unten auf dem Ding schreiben? Wie, 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 wie? Das tut dir zu lieber heute zusammenbrücken. Ja. Wie gehen sie mehr auseinander? Ja. Ja. Das ist schon einfach so. Das gehört aber auseinander aufgrund von... Das bleibt aber auch ein bisschen zu hoch. So. Aha. Aha. Du machst das ja quasi gern. Ich tue das auch gut, weil es halt muss. Gern. Ja. Also besser geht's. Nein. Schauen wir mal, wir drücken. Wir drücken. Lass uns die paar Silo rüberwerfen. Ja. Dann rüber gehen wir sicher. Ich drücke die Details. Es ist ja gar keinen Stand nicht. Keinen Hüllstand, verstehst? Geht das einfach ein Zweichen oder nicht so einfach drücken? Oder wie? Ich tue mal innen drauf, hast du da drauf. Passt, passt. Und auf dem Haus hast du eben, ja. Und da auf der Seite drücken. Ja. Nicht so bleiben bis da ganz hinten nicht. Geht doch das geil, Vi. Hat's schon lange gedauert. Ja, das ist überhaupt gar kein Thema. Das ist gar kein... Stopp! Lass es gut sein! 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 Oh, jetzt geht's hin! Stell! Hätte ich ja gesagt. Ja, ich sag's ja. Und du wolltest schon nicht glauben. So. Dann fetzt ihn da hin. Aufs Hohle hin. Ja, das war Spare. Etwas Geiles. Eben, das ist das. Da gehört die ganze Prägerin. Da überall. Die wird klingelt so. Und das ist ja so. Ein Thema, wo wir mal oft getrieben haben. Aus Magnesium. Ja. Und dort alleine. Das, das braucht man sich ja überhaupt nicht. Jetzt auf die Automechaniker. Ich tue jetzt auf die dumme Schule. Weil ich super auch nicht gearbeitet. Was tut das? Ja, das istно. Ziehen wir Einguss bitte? Ziehen wir Einguss bitte? Ziehen wir Einguss bitte? Ok, mach ich drauf. Was tun wir? Ausschneiden. Ah, durch. Mal essen. Angeschehen. Jetzt wissen wir, wieso das sie hinten schleifen. Warum? Ja, was auf der Alt ist. Ja, aber das macht ja nichts. Nichts, macht nichts. Wenn der ist, muss er sein, wird er verschlagen. Und wie soll ich das Ding runterbringen? Ich trottel. Ich meine, ist der Psyonit. Was? Ist der Psyonit so senden, wie das Film zieht? Wieso? Ja, das ist ja der kontinierter Bremse. Ah, da ist meine Scheide aufgepasst. Das Rad hier. Da musst du von aussen, wenn du einmal löst. Halt die Scheibe. Du musst die Rohre nicht noch drehen. Dann geht das zusammen und dann bringst du sie auch nicht. Geil. Wenn wir zusammengebaut haben, müssen wir sie hier runterladen. Bis sie fest ist und leicht nachlassen. Cool. So ist die Handbremseide. Ja, ja. Nein, wir kommen. Die Richtung dran. Bis die Scheibe fest ist. Das merkt man oft, wenn da drin und der Schreie auf mich hart zu dran geht. Merkst du es? Jetzt ist sie fest, schon langsam. Jetzt ist sie fest. Was trimmt da so ein? Hast du gesehen? Jetzt haben wir die Handbremse eingestellt, nicht? Das ist aber eine Fußbremse, wenn man gesehen ist. Haben Sie da gespart? Ja, haben Sie gebrocht. Schraufen müssen wir normalerweise auch neu haben. Wir teilen sie nicht. Wieso wäre ich das nicht vorgeschlagen bei AKFZ, dass wir die Schraufen gleich dazukauft? Ja, die Schrauben wir dann doch gar nicht haben. Kriegst du das alles? Das braucht nicht alles filmen. Das braucht nicht alles filmen. Wie sie alles filmt. Ja, jeder schritt heute. Kack! Jeder schritt heute. Jeder schritt heute. Jeder schritt. Man muss aber noch nicht jeden schritt wissen, weil da gibt es ja noch Geheimschritte bei mir, das was nur die Profis wissen dürfen. Und damit ist ja das Film eigentlich dann auf der Kuh jeder das anschleift. Ich will mir mal schauen, ob es vorhin geht. Ja. Wichtig. Also, die Däden müssen wir auch noch ein bisschen reinlegen. Schauen wir mal an. Da brauchen wir jetzt eine Skotsch. Ist das blank genug? Knatscht. Das brauchst du nicht alles filmen, wie das polieren. Schöne Sauber machen. Doch, weil das kannst du nicht zu einem schnell raffen. Ja. Machst du das gut? Oder machst du das gerade auch so halbherzig? Nein. Ich hab die Hälfte gerade nicht gefilmt. Schau mal her da. Das ist mir nur so ein. Schau. So weit. Ja. Jetzt ist eigentlich auch da schon der Bein mit den Gedanken ein bisschen. Genau. Jetzt auch. Knackel nicht auch so. Du siehst mir nichts mehr. Hallo, das Knackel hat gerade noch einen Film. Ja, das ist eine Kameranockel. Jetzt dürfte ich einfach wurscht sein. Ja, ja. Die hat einfach keine Motivation dafür. Ist das ein Sammel? Bitte ein Fetzen. Das hier einmal. Und hier auch. Und oft mit einer Spitzzange. wenn man eine hat. Das darf ich nicht filmen. Wie du machst es gerne, bitte. Geht das? Ah! Dein Magen schon in den Keller fällt. Ja. Aber es ist eigentlich alles wurscht. Es ist jedem wurscht, dass ich gar keinen Bock habe zu filmen, weil ich es ja auch nicht kann, aber... Ab hier war leider das Videomaterial zu Ende und deswegen seht ihr jetzt noch ein paar coole, coole Videos von der Hinfahrt und von der Rückfahrt und ja, es hat alles super funktioniert. Vielen Dank nochmal fürs Filmen und fürs Umbau helfen und wenn es euch gefallen hat, ein paar Kommentare schreiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Karl 5, 4, 3. The gouvernement Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018